Ich geh hinten und versuche das Board zu ziehen. Wo sind die? Ich weiß nicht von welcher Seite. Bei mir sind die nicht schon vorne. Die sind hinten. Also da kam ein paar Drohnen her. Oder unten. Hä? Hinten ist auch keiner. Doch jetzt kommen die. Der steht einfach aufgeschlagen. Mein Schild. Der steht einfach aufgeschlagen. Zwei waren bei mir vorne. Hä? Wie schnell! Wie macht das Rekrut da? Ich denke da nicht. Wo wo wo? Einer ist vorne, einer ist hinten. Der Buck ist, der Rekrut ist. Und oben rechts. Da wo man hochklettern kann. Ganz hinten durch. Wo die Kassetür von einem. Und der Buck ist vorne. Da gerade durch hat er mich gekillt. Da wo man hochklettern kann. Da ist er. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist er voll nacheingefallen? Ja. Der Buck ist vorne. Also wenn du hochkletterst und rüber gehst. Da kommen Schritte. Ich weiß nicht ob Enemy oder Freunde. Ich glaube die kommen von oben. Ich rette. Oder? Ja. 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 Mach Drohner. Egal, ich sei noch zu weit. Kannst eigentlich auf Zeit spielen. Ja. Da ist oben. Was macht er da? Er hat noch durchgeschlagen. Ja, wie konnte der Rekrut mich instant töten? Ich hab nur Tanja getötet und dann kommt der Krupp. Nein. Ich bin'S troublich. Ich habe eszzaulEurope. Ich bin Jesper. D scrape. Wollte.